Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute wieder mit mir, der Sanna. Genau, und wir haben euch heute ein neues Pack Battle mitgebracht. Genau, das bedeutet, sechs Booster nehmen wir. Das sind exakt sechs Stück hier. Und diese 18 Booster, die hier noch drin sind, die tun wir mal an die Seite, denn die brauchen wir später mal. Und wir haben jetzt hier diese sechs Booster Packs und jeder von uns nimmt drei. Ich nehme einfach mal dieses hier, weil Schlinking oben ist, obwohl hier ist Katagami-Artwork. Finde ich ein bisschen cooler als Mosquito. Ich nehme diese drei. Oder? Hast du was dagegen? Nein, such du dir die Packs aus. Okay. Ich bin einfach froh, dass ich mal was von meinem Set langsam öffnen kann. Genau, du hast ja noch gar nichts davon geöffnet. Deswegen kann ich das auch verstehen. Genau. Also, das hier ist mein Stapel und das ist ihr Stapel. Und es geht eben darum, bei einem Pack Battle, wer macht die besseren Pulls? Das bedeutet, Reverse-Sternkarten bekommen zwei Punkte, bekommen einen Punkt bei Reverse-Sternkarten. Und Holo-Karten bekommen einen Punkt. Dann GX-Karten bekommen drei Punkte. GX-Full-Arts oder andere Trainer-Full-Arts bekommen vier Punkte. Und natürlich Secret-Rares oder Rainbow-Rares, wenn wir eine ziehen sollten, bekommen fünf Punkte. Ich bin schon so aufgeregt und durcheinander. So, ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten Pack, würde ich mal sagen. Genauso machen wir das. Und mal sehen, wer die besseren Pulls hat. Natürlich machen wir auch den Kartentrick, denn der muss einfach sein. 1, 2, 3, 4. Vor die zwei, die sich da vorbefinden. Hier haben wir Pico-Chiller, Krebskorps. Ich pack mal das Pack noch an die Seite. Schallelos, Kapuno, Aloda-Kleinstein, Pflanzenenergie, Gastrodon, rote Speer-Karte, Schiller-Bell. Oh, Stolos ist eine Reverse-Sternkarte. Und das heißt, der erste Punkt füllt dich. Genau, geht an mich. Oh, und Costuso ist auch eine Holo noch dazu. Also, zwei Punkte durch das Costuso-Holo. Also, insgesamt drei. Ach, herrje. Sehr gut. Genau. Drei musst du also schlagen. Wir wechseln. Genau. Mein erstes Aufziehen der Sturmröte-Pack, das ich jemals von diesem neuen Set öffne. Genau. Und dann wie bei den Sonnen-Mond. Hex üblich. Vier und zwei. Wir haben ein Karpador, ein Pico-Chiller, ein Krebskorps, ein Schallelos, ein Kapuno, eine Feenenergie, ein Duodino, ein Mülltank. Seh des Nichts. Baschwar ist die Reverse, das ist leider keine Stern, also leider kein Punkt für mich. Und Lola Knogger ist wenigstens eine Holo. Ja, okay, du hast die coolere Holo auch noch gezogen. Dafür gibt es leider keine Punkte, aber zwei Punkte für den Holo-Pool. Richtig. Also steht es drei zu zwei momentan für mich. Und nun öffne ich das nächste Pack. Hoffentlich mit mindestens einer Reverse-Stern. Aber das ist schon ganz gut, dass wir Holo gezogen haben. Ich hoffe mal, dass du nichts hast jetzt. Hund Duster. Dann kann ich vielleicht noch gewinnen. Pikachu, Mehekel, Steuerlili, Come Up, meine Wasserenergie, Steuerrack. Oh, habe ich den Kartentrick falsch gemacht? Anscheinend. Come Up. Reverse haben wir hier. Im Molga. Alola Georock. Oh, und Hundemorn, die Stern. Gut. Aber leider nicht so gut für das Pack-Battle. Also bleibt es bei drei zu zwei für mich. Allerdings legt Sanne jetzt nach. Genau. Nächstes Pack. Mal schauen. Oh, dann haben wir gleich noch beide ein Amigento-Pack-Artwork gegeneinander. Ein Kamaupp, ein Palimpalim, ein Skoppel, ein Laukaps, ein Zipoink, eine Wasserenergie, ein Hydragel, Seelis Nichts, Alpollo, Staraptor ist die Reverse und eine Stern. Ja, drei zu drei und Regirock, keine Reverse, ach, keine Hulu, also auch keine Punkte. Genau. Okay, drei zu drei. Es bleibt also spannend hier bei diesem Pack-Battle, würde ich sagen. So, Amigento gegen Amigento-Pack-Artwork. Mal schauen, welcher von uns das bessere Artwork hat. Oder das bessere Pack, eher gesagt. So, Code an die Seite. Eins, zwei, drei, vier. Eine Holo würde mich auf jeden Fall schon nach vorne katapultieren, ein bisschen. Moluk, Menki, Tragosso, Ovai, Karpador, eine Kampfenergie, Kontraenergie, Gladio, Chillabel. Krebotak ist die Reverse und Octillery. Krebotak ist tatsächlich auch eine Stern. Also, vier zu drei. Hm, das heißt, Sana benötigt auf jeden Fall einen Ausgleichspunkt für einen Gleichstand. Dann gucken wir mal, was dieses Pack für uns bereithält oder besser findet. Und es geht los mit einem Stern-Du. Dann bleibt es also vier zu drei. Und damit gewinnst du unser Pack-Battle. Richtig. Ja, ich würde sagen, das war doch ganz erfolgreich. Dennoch, wenigstens jeder von uns hat eine Holo gezogen. Ja, ich würde sagen, so ist es eben. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Denn ich denke, wir werden nochmal ein Pack-Battle machen. Ja, ich hoffe doch. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr Packs von diesem coolen neuen Set. Genau. Und natürlich wollen wir auch noch eine Pre-Release-Simulation für euch machen. Ja, darauf freue ich mich schon richtig. Genau. Deswegen bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin. Euer Pokimaniac. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.